Hallo und so Leute zu deiner Folge TTT Fun, heute mit Sky, Sepp, Magnus, Eri, Dumps und der Leif und mit dem Joschandrach und wir spawnen alle mit einer Glocke im Gefängnis. Also ich hab meine Munition schon weggepallert. Ja, ich hab noch. Komm, 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 komm. Oh, Shingani. Nein, keine Wald. Nein, keine Peace Cape. Nein, das macht das auch. Nein, ich hänge fest, ich hänge fest. Okay, ich bin jetzt ausgerüstet. Was ist das? Alter Sky, pass auf. Oh nein. Ich hab die Soda gefunden, nice. Sepp, 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 Sepp. Hallo. Ich hab eine Schottgun, ich bin um die Sieb. Erik, kannst du mir zeigen, wie die Soda aussieht? Das ist eine dummste. Oh, ich hab Schaden vom Schaden. Was dann? Ah, Mann, Eri. Das Problem ist, es bringt mir einfach gar nichts, ich mach mehr Schaden. Als Dete nicht ganz einfach drauf. Ah! Naja, kannst du's dann probieren, ne? Hallo, Sepp. Hallo, Sepp. Hallo, Sepp. Hallo, Sepp. Hallo, Sepp. Hallo. Oh, Muni, ich hab keine Muni. Was soll los? Da ist Muni. Mach jetzt mal schönen Soundeffekte, wenn jemand nach mir vorbei ist. Wusch. 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 Guten Tag. Hallo. Oh, leck. Boah, das war ein krasser Sound. Ah, ich bin runter geworden! glimpse 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 allt glimpse glimpse. Hey. Hi, 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 hi. Hi. Hallo. Hallo. Sag goodbye. Hallo, Dumps. Alter, ich komm mit der Steuerung grad noch nicht klar, das ist wirklich weird. Oh, nun Ups. Sollte Ihr eigentlich, seid Ihr eigentlich im Gefängnis? Boom! Nö, einfach! Auch da läuft Da noch außen am Rand drum. Steppe, Sepp. Äh. Ja, das Rezept hat ja so ein Sex-Utum. Ah! Ich dachte gerade, irgendwer will was von mir und dann war es nur der Traitor, wollte ich sagen, der Detective. Au! Traitective. Hallo, hi. Kommt raus, kommt raus. Hallo, da! Seid alle gefangen. Hallo, live. Hallo, Eri. Hast du doch schon gemacht? Ah, nein, 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 nein. Sag ich, oh Gott. Lock es. Ja. Sag mal. Das ist echt strange. Gut. Schaut doch gut an. Oh. Da wurde, glaube ich, jemand da schossen. Eventuell. Der Schutz sind... Da ist irgendwas passiert? Alive! Dumps. Alive! Dumps, warst du Jekyll? Als ob ich meinen Traitor getritten habe. Ich bin gestorben, weil ich mit Dumps geteathgripped war. Ach so. Ich habe Sky umgebracht. Ja, das war noch ein bisschen... Ich muss mir alles wieder gewöhnen, dass der andere Team was kaufen kann. Ich bin kurz verbiere. Eiii. Immerhin. Ich habe einen gemacht. Ich bin zu viel. Oh, halt. Was wollen wir ohne Waffen? Was? Was? Warte. Ich habe eine Waffe. Was ist Magnus? Wo ist Eri? Als ob wir Waffen haben? Ich habe eine Waffe. Du musst... Skolen, Skolen. Skolen. Da liegt immer eine drin. Immer eine Glocke in diesem Gefängnis. Eine Glocke? Eine Glocke! Bei mir ist keine drin. Wer ist... Wer ist dann eben hier? Das spricht für Traitor. Das haben nur die Traitor. Ich hatte vorhin auch keine. Ja. Oh, Haare. Finde ich gut. Ich hatte zwei. Erst weiter. Nein. Ich habe mich schießen. Oh nein. Nicht die Vector. Alter ist nur nicht die Vector. Was bist du für eine Waffe? Ah, du bist der Shotgun. Du bist toll. Du bist toll. Oh, die ist ja genauso... Was kann die Vector? Bitte sagt mir nicht, dass sie nichts kann. Ne, ne. Die verzieht mir nur zu sehr. Die Vector ist eine... Also meiner Meinung ist eine meiner Lieblingswaffen. Die ist echt stark, ja. Das ist eine der stärksten Waffen meiner Meinung nach. Also im Nahkampf ist die stärkste als die Shotgun in meinen Augen. Ja. Wenn du eigenermaßen ziehen kannst, definitiv. Ja. Ey, das wäre genau für mich nicht. Ach, Mann. Ah. Du brauchst einen Hainut. Aua! Was ist das für eine schein... Schöne Sache. Geh, Eri. Geh, danke. Ich habe 64 Leben, weil ich runtergefallen bin. Was kann ich nicht machen? Was kann ich nicht machen? Ja. Oben einfach im Kreis. Ja. Richtig spannend. Oh, Random Test. Ich bin Traitor. Bitte zeig das nicht. Bitte. Bitte nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin Hausmutter. Ich bin Hausfrau. Ich bin Hausfrau. Bitte nicht anzeigen. Wie ist das peinlich? Okay. Hallo. Hallo. Das ist die Hausfrau. Das ist die Hausfrau. Das ist die Hausfrau. Das ist die Hausfrau. Jo, hi. Oh. Ähm. Ich habe... Ich werde verpackt. Das verfolgt. Ne, ich laufe eigentlich nur um die ganze Zeit im Kreis. Du auch? Ja. Das ist Dams. Klima kann man hier auch irgendwie nicht machen. Nö. Ja. Ich kann man... Ich kann man... Du bist... Wo bist du? Hier. Ich bin bei Dams. Ja, ich bin oben. Hier oben. Okay, dann komme ich zu dir. Bei Erik. Oh, ich hauen. Darf ich ihn durch? Darf ich ihn anschließen? Äh... Genau, Dams, geht da rein. Dams, geht da rein. Das ist ganz sicher. Bestimmt. Das passiert ja gar nicht. Das ist ganz bestimmt keine Traitor-Frau. Ich komme ja nicht mal da rein. Das ist das Problem. Ich würde da reingehen, aber ich komme nicht da rein. Ich vertraue dir. Verdammt dir auch, aber den hinterlässt du. Hast du durch den Stein? Der zielt den Kai! Der schieß! Yay! Er hatte keine Credits, leider. Doch, nein, er hatte keine Credits. Was? Der hatte zehn erschossen. Ich habe Magnus erschossen. Magnus und, äh, Josh und dich haben zusammen. Okay, gut. Ich auch. Das war toll. Das war toll! Ähm. Ist da oben irgendwer in dem Turm drin? Weil sonst schieße ich auf das Fass. Achso. Was? Ist das... Da war schuld, wer da drin ist. Okay, ich habe ihn auf der verrichtigen Seite rausgeschmissen. Ich habe Dams gefunden. Ach, okay. Oh ja, komm mal raus. Jetzt bin ich wahrscheinlich gleich tot wegen... Wovon wurde Dams gemacht? Von einem Navi-Launcher? Kann das sein? Ja. Ja, von einem Navi-Launcher. Mir kam gerade so ein Ding entgegengerollt. Okay, ich habe das Gefühl, dass es Eri ist, aber ich... Nee. Achso, ich kam gerade voll durcheinander. Nee, also ich habe das Gefühl, es ist geil der Eri. Darf ich jetzt Eri töten? Hallo? Moment, wer lebt denn... Josch ist innocent. Es leben alle noch die, die draufstehen. Genau, es leben Eri und... Also entweder ich live oder Sky. Alive! Alive! Okay. Wo ist sie? Unten im Gang. Seitlich, außen. Oh, 6 HP! Da hinten! Ich habe sie in der Eri! Danke. Hab sie. Sie erlebt. Ne, wir sind nicht wieder öfter. Aber ich könnte damit recht sein. Revised! Also, bei Alive ist, wenn ich sie eine Leiche finde, zu 99 Prozent, dass sie den Typen auch umgebracht hat. Aus Versehen! Aus Versehen! Wieso denn? Aus Versehen confirmed! Oh! Verdammt! Ich habe hier Dumps gefunden! Das wusste ich! Das wusste ich! Kann das sein, dass auf einmal Josh vor dir gelaufen ist? Ich sah nur so ein Navi-Ding um die Ecke rollen. Dumps ist tot! Hm, okay. In den Rücken auch noch, weißt du? In den Rücken. Richtig hinterhältig. Du warst gerade so low. Wenig HP hattest du auch gehabt. Oh, fuck. Oh, der wird nicht besser. Der wird auch nicht alt. Das ist nicht... Dete, Dete. Ich verlange eine gute Waffe. Wenn ich keine gute Waffe bekomme, dann töte ich denjenigen, mit denen eine gute Waffe und den Midi. Ich habe eine Axt. Eine Axt. Darf ich Dumps einfach so töten? Äh, ja. Meine, meine, meine. Okay, Dumps. Okay, live. Wenn der live zu ist, schieße live. Wenn du mir... Ja, Dumps, komm her. Wir battlen uns. Weil ich möchte auch jetzt irgendeine Waffe noch finden und dann ist es gerecht. Ah! Ah! Ich kann nicht treppen. So, Dumps, wie möchtest du es haben? Wo bist du denn live? Ich bin gerade oben aufm... aufm Balkon. Ja, soll ich da rumkommen? Ja, ja. Magnus. Ich kann aber auch nach unten kommen. So ist es nicht, ne? Nö, das ist kein Problem. Sag mal, Sky macht ihn zu breit. Macht den... Josh! 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 Josh ist es! Josh ist es! Nein! Niemals! Nicht dahin gehen! Sie checken! Sie checken! Nein! Sie checken! Sie checken! Nein! Hier ist ne Turtle, Mann! Ja, mir ist es egal. Einer von euch beiden. Aua! Ich hab so gerade gesehen, wie er ne Turtle platziert hat. Menschenskinder. Aua! Aua! Josh! Ja, ich sag ja Josh. Alter, Joll! Lass mir ein bisschen... Bisschen... Oh, nee! Eri! Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Eri, ich dachte, du wärst Josh. Ich dachte, du wärst Josh gewesen. Eri ist es! Eri ist es! Oh, wow. Eri ist es! Und Josh, danke! Ist das Eri? Oh mein Gott, das ist ja... Oh, damms! Oh, damms! Oh, damms! Hallo? Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, okay. Eri leid wieder. Ich hätte fast leid gemacht, für den Moment... Für den Moment hätte ich Josh Call bekommen... Nein! Oh! Ah! Mann! Mann! Josh, warum hast du... Äh, sie schlacke, sie schlacke! Ja, Alter, 20 Punkte... Ähm... Ja... Die Axt ist ja voll gut. War nicht Ablenkung nur, oder sowas? Ich war's mich so gecallt! Jaja, aber damit hast du dich nochmal bestätigt, dass du zumindest Trader bist. Ja... Deswegen war ich auf der Suche nach dir und dann tötet mich Eri. Oh! Eri waren keine Freunde. Ja, ich schieße auf Magnus hin. Ich schieße auf Magnus hin. Ich hab wieder keine Glock. Alter, Sky, das hat weh! Magnus, darf ich auf dich schießen? Sorry! Apropos keine Glock, ich hab auch ja. Ja, ich auch keine mehr. Nur die Lichtschule hat auch keiner. Alle Leute, die... ...du sind, haben eine. Ich bin easy. Ich bin Detailer. Ich... Ich hab somberes Warpfer, ich hab somberes Warpfer. Es kann nichts mehr schiefgehen. Ja... Ja... Ich hab ne Pumpshot. Wir haben nichts mehr schiefgehen. Josh! 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 Komm, wir tauschen gegen die Double Barrel. Aaaaah! Hier? Oha! Ja? Wir können mir gar nicht... Was ist die Double Barrel? Was ist die Double Barrel? Kannst du mir noch mal ein paar Schuss rausgeben? Nö! Nö! Ich mach dich mal wieder ansehen, ich schuss. Ich kriegst nix, du kriegst nix. Ich hab extra einen Stein für dich. Ah, ok, ich werd mir jetzt den Eif erstmal holen. Was? Ah! Ohne Grund! Doch, du hast mein... du hast meinen Schuss rausgeben. Geil! Ja. Oh, das ist kein... ...gan tief drüben Jungen. Ähm, du bist ja nicht leer, der hat doch acht oder sechs Schuss. Nö, 2. 2. 2 reicht, um dich zu machen. In 3, 2, 1. Was? Er hat mich nicht getroffen. Was war das jetzt? Josh war es, aber es war... Josh ist tot, okay. Ich bin tot. Alive ist checker. Alive ist gefallt. Ich mache live, ich mache live direkt. Ja, okay, Dumps, dann bist du auch tot. Ja, okay, dann sag ich... Auch tot? Wer ist denn noch tot? Wer ist denn noch tot? Ja, ich bin tot. Ich sag doch, ich bin tot. Oh, Bombe, Bombe, Bombe. C4, hier, okay. Okay, okay, ich versuch das jetzt. Das ist ein bisschen OP. Oh, C4. Ja, eine Sekunde hatte ich noch. Alive? Ich habe Angst, Alive könnte Traitor sein. Habe ich... nein. Hä, hallo? Alter, sie weiß nur, wie du den Traitor bist. Aber ich nicht. Ich habe nichts gemacht. Alive könnte Traitor sein. Alive ist Traitor. Ja, weil du hinter mir läufst mit dem Traitor. Ja, ich muss ja gar nicht sagen, dass ich Traitor bin, du Seth, ey. Ich habe nicht zuhause, weil du mit dem Traitor in meine Fresse in die Traitor laufst. Hey, ja. Shotgun in der Fresse. Hab doch keine Angst, ey. Ich hab doch nichts raus. Hey, Dumps ist es. Dumps ist es. Die ist ja so schlecht. Lass mich vorbei. Und... Ist mir egal. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Ach. Hä, hä! Hinter mir! Ja, das wissen wir eigentlich eh schon alle, wenn du aufpasst. Sehr schön, Sky. Fuck, ich vercheck'l. Ich vercheck'l. Abends hast du die vier denn, du Spacko. Alter, war das knapp, ey. Ich guck so. Das blieb ganz schön schnell. Oh Gott. Vielleicht solltest du jetzt sofort ran. Guck so. Drei, zwei, fuck. Oh Mann. Es war's wert. Hä, Moment. Hä? Die Runde war schon zu Ende. Der Shinigami verlängert halt die Runde anscheinend nicht. Ja, das ist ja eigentlich... Das war richtig strange irgendwie. Ja, naja, der konnte... Hä? Eigentlich verlängert er die. Nee, hat er grad nicht. Nee, hat er grad nicht. Gar nicht. Ja, wir haben gewonnen. Easy. Easy. Letztes Mal hatten wir auf jeden Fall auch einen Shinigami, der die Runde verlängert hat. Aber, Sepp, also ich hätte dich wirklich verdächtigt, ne? Hätten die nicht Sky gecallt, dann hätte ich dich wirklich verdächtigt, weil... Alive verfolgt mich. Alive ist Traitor. Hä? Ich hab' nicht geschossen, hä? Du, ich hab' gesagt, also ich glaube, dass du es bist, weil du bist mit einer Shotgun direkt ne Leiter unter mir hochgeklettert, hast du auf meinen Kopf gespielt und ich... Ja, ne, ich war... Genau, ich war ja unter dir, da hätte ich dir ja nicht so viel Schaden gemacht. Jedenfalls nicht genug, dass du, dass du One-Hit wärst. Ja, super. Ich bin Two-Hit. Ne, ich hatte auf jeden Fall echt Angst mit dir, also ich hatte ernsthaft geglaubt, du bist Traitor. Ja, ja. Oh, oh, ja. Ich hab' eine Waffe, ich hab' eine Waffe. Josh, wollen wir wieder tauschen? Markus, hast du nichts? Äh, Josh, Josh ist es, Josh ist es, der hat, der hat zwei, äh, Dings Waffen. Äh, ich wurde, ich bin getroffen worden, Leute, ich... Ich glaub' ich wurde getroffen, ich glaub' ich wurde getroffen. Nein, ich, ich, ich hab' einen Schaden getroffen. Wer hat denn gemacht? Ich bin tot. Ich, ich hab, ich hab' Josh gemacht. Ich glaube, Eri ist es, wenn ich sterbe, ich glaube es auch. Du, du warst tot, allein. Was, nee, ich leb' noch, ich leb' noch, alles gut. Gott sei Dank. Wuss, komm, ich mach' bitte zu Josh, bitte, bitte. Ja, okay, warte. Josh ist... Ich wurde angeschossen. Was? Ich hab' aus Versehen geschossen. Ich dachte, die Runde ist vorbei. Nee, ich dachte, die Runde ist vorbei. Ja, 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 ja. Ich erschieß immer, Leute, wenn die Runde vorbei ist. Warte, es... Life ist relativ proof. Es könnte ziemlich... Es könnte noch... Es könnte noch sein, ich hab' zumindest keine Punkte bekommen. Es könnte auch sein, dass er es gekauft hat, selbstverständlich. Also, ich hab' ich... Hab' ich dich jetzt zu Dings gekauft? Ja, das ist gut, weil... Alive mich abschossen hat. Ich hab' sie jetzt mal nicht gesilltet. Keine Ahnung. Hab' ich dich jetzt zu Josh? Hast du Dings? Okay. Okay. Auch keine Punkte? Also, einer von euch ist es. Das ist, äh... Okay, ja, gut. Ist ja zumindest mal eine Feststellung. Toll, oder? Ja, dann pass auf Alive auf. Sie hat mich angeschossen, ja? Ja, tut mir leid. Ja, warte, Leute, Leute. Das wissen wir doch gleich, vielleicht. Juuu. Äh, äh, Magnus lebt nicht. Hä? Was? Magnus lebt doch. Ja. Ich war's nicht. Hä? Ich war's nicht, ich hab' aus Versehen geschossen. Es geht doch weiter, warum? Was? Also, Alive hat gerade einfach... Alive hat wen getötet. Sky. Sky. Aber jetzt, entweder es gibt, entweder lebt Sky wieder, oder Alive ist es. Boah. Alive ist es, oder? Nein! Ich hab' aus Versehen geschossen. Pff, okay. Das ist jetzt ziemlich unglaubwürdig. Sky. Mann! Du sagst es nicht live! Ich wusste es doch. Was war das grad für Musik? Unser Sound, weil er schon tot war. So, Alive, wo bist du? Ach, da, äh, Dams, ich bin hinter dir. Ah, hinter... Hinter mir? Ja, ja, ich war grad hinter dir. Du bist grad'n Leiter runtergegangen, da war ich auch. Au, 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 Alive! Fuck! Hallo? Wo? Ah... Damit danke ich für's Zuschauen dieser Folge! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao, ett still, yo! Ciao, ciao, ciao! Auf Wiedersehen. Jaaaauuu bo 부u! Abonnieren! Ich C Es M & B